Hallo liebe Freunde, willkommen hier zurück zu Daisy. Ich habe schon wieder Lust. Ich habe ja schon wieder Lust, ne? Zum Angeln. Nein. Aber das Essen, das hält schon, ne? So ein bisschen. Aber nur so ein kleines, kleines bisschen hält das Essen an. Äh, ja. Oh. Unbekannte Konserve. Die schmeißen wir mal weg, ne? Jetzt werde ich bloß wieder... Kro-kro-krank. Sortiere gerade mal ein bisschen. Wir haben auch Knochenmesser. Wo kommt das denn her? Lass uns mal ein bisschen sortieren. 380 ACP. Hier haben wir auch nochmal 380 ACP. Hier haben wir sogar nochmal zweimal Hühnchenfleisch. Okay. Aber wir haben nochmal Fisch. Ein bisschen Fischfleisch. Das können wir da mal hin. Die Plastikflasche hatte ich glaube ich auch bewahrt. Falls wegen, äh, Mosin. Äh, wegen Schalldämpfer. Beschädigtes Seil. Okay, ich könnte da eigentlich mal die Munition rausholen. Wie viel haben wir denn da drin? Warte, warte, warte. Acht. Okay, achtmal. Hm, nee. Brauche ich nicht rausholen. Alles gut. So, Schraubenzieher. Hier haben wir noch ne... Ich schmeiß mal die Glasflasche weg. Ich glaube... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo jetzt... Wo war da jetzt das gute Wasser drin und nicht das... Hm, würde ich lieber nochmal neu auffüllen. Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht mehr. Seid ihr überhaupt da? Ja, sehr schön. Ich glaube, das Wasser ist da... Das kann nicht trinken, was da drin ist. Angespitzter Stock. Brauche ich denn gerade? Nee, ne? Zweimal hin, das Stück. Ich kann den ja immer noch wegschmeißen. Größeren, etwas größeren Rucksack wäre nicht schlecht. Eine Weste fehlt noch. Ein Gürtel fehlt noch. Ah, ist ja auch wieder sehr neblig heute. Ui, Schuss. Da ist ein Zombie. Hallo, ich möchte doch nur hier rüber. So, Chuppen, Garagen, mentalnormale Häuser. Ein bisschen Munition habe ich ja. Vielleicht nochmal grob so ein bisschen looten. Looten, looten. Vielleicht nicht jetzt überall. Boah. Vielleicht jetzt nicht überall. So, ich werde auch ein bisschen weniger rennen. Und vor allem mehr gucken. Ich habe es ja nicht eilig. Ich habe nichts zum Knüppeln hier, ne? Äh, mache das mal lieber so. Zombie brauche ich jetzt eigentlich nicht. Oh, Tee, okay. Oh, Tee, ne? Oh, Tee. Okay wollte ich so. Jetzt kommt der sowieso, ey. Warum kommt er jetzt hier nicht rüber? Macht ihn jetzt platt. Egal. Man hat ja viel ausgehalten. Noch ein Zombie. So, da vorne haben wir das Piano-Haus. Ich könnte ja denn links rum gehen, eventuell. Schöner Rucksack, aber den habe ich schon. Ich will mal wissen, wo ich hier bin. Das vorne ist Haus nämlich auch noch mit, eventuell wegen Mosin oder Waffe. Schnell gucken, wo ich bin. Okay. Ist ja eher für euch gedacht als für mich. Gerne kommentieren wieder, wo ich bin. Äh, Minute. Okay, sechseinhalb Minuten. Ah, ich muss mir... Ich müsste mir das direkt eigentlich jetzt hier mit meiner Liste... Ich habe doch einen Stift da. Moment, ich mache das gleich. Ich muss ja irgendwann nochmal mit... Bäh? Mit anfangen. So. Ich kann nicht hier irgendwas reparieren. Das ist makellos, 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 makellos. Ist abgenutzt. Ne, ich brauche nichts. Aber wir können den tauschen hier. Das kann man machen. Warum ich nicht einfach einen Screenshot, ich Schussel? Ich habe es ja gemerkt, so Minute sechs. Ich gucke im Nachhinein. Entschuldige, ich gerade... Geh mir looten, geh mir da nicht looten. Schaltdämpfer fehlt auch noch für eine Pistole. Mach den Zombie. Ich dachte eben, der hat einen Rucksack oder so. Ja, ja, komm mal her. Komm mal her. Ist der auch jetzt egal. Oh, Leute. Cut. Eigentlich müsste ich die Verbände ja aufbewahren für PvP. Und die normalen Stopffetzen nehmen zum Reparieren. Aber jetzt ist er eh weg. So, habe ich überhaupt noch normale Stopffetzen? Nie. Dann müsste ich da mal, ähm, ja. Ich dachte, nichts, was ich finde. Ein bisschen klein schnippeln. Die nächsten Klamotten, die ich finde, ein bisschen was klein schnippeln. Und haben wir ja auf dem Tisch. Ein Leuchahammer auf dem Tisch. Ist ein Schmerz nicht dabei, oder was? Mach doch zu hier. Muss ich jetzt wieder... Ich fühlte eine Weste, ey. Wäre Leisten. Kann ich eigentlich... Nee, ne? Kann man das? Nein, muss man ja mal getestet haben. Ich habe ja noch eine Sichel. Die Frage ist, wie lange reicht das Essen? Da könnte ich mir ja wieder... Angelhaken. Angelhakenkräften. So, guck mal. Vier Stück direkt. Vier Stück. Da... Okay, das ist schon... Es hält halt nicht lange, das Knochenmesser, ne? Das mache ich den nächsten Zombie, der da ist. Und dann kann man da ein bisschen zerlegen. Oh, Oma, sollen wir dich ein bisschen auseinandernehmen? Geht das auch mit dem Schraubenzieher? Bestimmt. Nein, natürlich nicht. Oh, ist das Essen bei. Infizierter. Nein, nicht rasieren. Geht das nur mit Messer? Gerne auch mal beantworten. Kann ich die nicht zerlegen hier? Zombie? Brauche ich direkt ein Messer zum Zerlegen? Lass ich jetzt erstmal an dieser Stelle. Warum geht das gerade nicht? Brauche ich ein Messer? Hatte ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Dass die Zombies sich zerlegen kann für... Innereien. Knochen. Vielleicht habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Aber vielleicht geht es einfach mit der Siegel nicht. Boah, der ist ein Zombie. Ich dachte gerade, da läuft ein Spieler da drüben. Da sind noch einige Zombies hier, ne? Oh, Fluss ist immer gut. Könnte ich, finde ich wollte immer wieder folgen. Eventuell wieder zum Camp. Okay, der Fluss ist denn da rechts zu zeigen? Mal merken. Wollen wir überlegen, ob ich noch Stoff brauche. Brauche ich noch ein bisschen Stoff? Ach, ich habe doch Nähzeug. Blind. Blind ist er auch noch. Die Klamotten, die muss was anderes haben. Nicht in den Raut. Erstmal die Salzstangen hier. So, dann kannst du auch gleich was süffeln. Ach, die Buddel leer. Hau weg. Zwei Mal gerade Salzstangen gegessen. So, und gleich bin ich krank. Oh, bewegen. Bewegen, Magen-Symbol, zu viel getrunken. Muss ich wieder ganz viel bewegen. Und mit der Hose bin ich mir unsicher. Ähm, Magen-Symbol ist weg. Okay. Ähm, pack das mal da hin. Das haben wir da. Das kannst du da hinpacken. Das kannst du da hinpacken. Hätte ich auch die Törtabletten getrinken. Vorher nehmen können die Cloud-Tabletten. Wenn ich mir jetzt nicht sicher gewesen wäre, was da drin ist. Eventuell im Wasser. Also in der Flasche. So. Stoff? Ja, brauche ich noch eigentlich, ne? Nimm mal den Schraubenzieher. Hallo, was machst du denn da? Das muss ja eigentlich mit Schraubenzieher funktionieren hier. Ähm, da. Natürlich sind die da mal beschädigt, ne? So, nee. Nee, nee, es geht noch. Stacken. Da ein und ein. Kannst du so ein Verbinden nehmen oder so. Das haben wir da schon mal sechs. Macht dann mal sieben. Wunderbar. Das packen wir da oben hin. Das packen wir da hin. Das packen wir da hin. Dann können wir das Fischfilet da hinpacken. Ein bisschen aufräumen hier. Nur ein bisschen. So, da ist noch eine Rinde. Da ist noch eine Messerschnall. Ich habe Gürtel fehlt. Ich werde jetzt auch nicht so raschen. Jetzt ein bisschen echt mal ein bisschen ruhiger, langsamer spielen. Hier nicht durchrennen. Und hast du nicht... Mich hetzt doch keiner. Ist das eine Kartoffel? Aber ich jetzt schleiche, kann ich sterben. Aber ich schnell renne, kann ich sterben. Nice. Ja. Obwohl, warte, 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 ist abgenutzt, okay. Jo. Ja, was ist denn hier los? Hier müsste irgendwo der Brunnen sein, ne? Vorne links, eventuell? Nein. Okay. 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 Aha. Grund hatte ich ja schon mal recht, ne? Okay. Zombie? Komm. Naja, war ja klar. Mann! Warum liegt doch was? Jetzt habe ich den Rucksack. Aber ich habe ja... Das ist ein bisschen groß, ne? Ja. Jäger-Rucksack oder so wäre nicht schlecht. Oh, ne. Den großen will ich nicht. Den ausdauern so. Oh. Ein Wolf. Ich muss hier erst mal nicht angeln gehen. Voll? Voll. Reicht, ne? Die Knochen. Ich schmeiß das mal weg hier. Ich schmeiß das mal weg. Ich schmeiß... Oh, warte, 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 warte. Was ist denn da los hier? Mach trotzdem gerade mal einen Angelhagen. Einen habe ich, glaube ich, noch. Da. Und dann brauche ich eigentlich noch... Warte, 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 steck mal weg hier. Ähm... Das sollte weg. Okay, aber... Ich glaube, ich schaue hier jetzt mal ab. Das ist halt nur die Frage, wohin, ne? Ich schaue hier. Das ist alles so offen hier. Oben haben wir so eine kleine... Oh, da ist ein Hochsitz. Gehen wir da mal hin. Einfach mal zum Hochsitz auf eine Hoffnung, Blaze. Ach, eigentlich wollte ich ja... Ah... Plusfolgen wäre auch nicht schlecht. Hm. Blaze oder Mosen? Ist eigentlich so ein Ziel jetzt. Oder Jägerklamotten, Jägerrucksack. Irgendwie so die Richtung. So, wenn ich normal renne, also laufe, jogge, je nachdem, gehen beim Essen drei Pfeile runter. Eigentlich kann ich dann ja auch rennen. Trinken geht halt schneller runter, wenn ich renne. Aber essen geht so auch... Hm. Ja. Hm. Liegt doch bestimmt eine Mosen. Was liegt denn da? Bärmekissen? Ne, doch. Toll. Ah. Ah. Das ist... Ah. 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 Ah, ah. 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 da liegt gerade da vorne habe ich da noch mal hinlaufen erst mal hier links hier das auch wieder eine größere city da würde ich sagen das machen wir in der nächsten folge ich glaube es wird auch bald dunkel ich stelle mich mal hier rein dann machen wir das in der nächsten folge ich brauche noch andere klamotten dass ich nochmal von dem roten oder so weg kommen und ja ist die folge ein bisschen kürzer ist ja auch nicht so tragisch beendet die folge bis nächste folge liebe leute bleib ich so ich glaube naja wenn man stirbt stirbt man ich glaube hier so getan da besser bis dann tschüss